was geht leider mein Name ist Stefan und heute spielen wir ein Yor-Game Yor-Games ist eine kostenlose Blattfahrt was verschiedene Spiele gibt und heute spielen wir mal das Spiel MoMo.de und ja ich weiß selber nicht was dieses Spiel alles beinhaltet ich hab's mir mal auf YouTube-Bahn geschaut mir ist es auch empfohlen worden von Abonnenten und ja deswegen schauen wir uns das heute mal gemeinsam an was das ist aber ich habe gesehen man kann eine Party kreieren das heißt wenn einer das mit mir zusammen spielen will äh dann bitte bei mir melden WTF what is that was ist das Windmill generate gold over time für was brauchen wir Gold für diesen Shop MoHead ja geil also ich habe einen Kuhkopf das gefällt mir ne wenn es das Grades gibt das ist cool ich habe das ganze nämlich schon mal ein bisschen angetestet bin gleich gestorben ne eigentlich habe ich das schon aufgenommen gehabt aber das wollte ich euch nicht zeigen weil da bin habe ich drei Minuten oder fünf Minuten versuch zu überleben damit gestorben ne also ich habe vorher auch das Schwert genommen dass ich besser kämpfen können aber leider bin ich nachher gestorben ich habe mir zwar noch ein Apfel gekauft die er mir Regeneration gibt also zumindest heilt er mich ein bisschen ne wir sind hier nicht in meinem Kopf aber okay wir brauchen auf jeden Fall viel Stein das weiß ich noch ne und solche Äpfel brauchen wir auch viele weil wenn wir die Äpfel haben dann können wir sie mal hoch heilen weil 20 Äpfel kann sich hochheilen ne alle brauchen irgendwo wo wir unsere Base aufschlangen hier nicht ne was ist das what is that aber hier Stein ne also vielleicht können wir sogar hier unsere Base bauen kann man da reingehen na auf jeden Fall die Strömung ist schon relativ hart muss ich sagen aber kann man machen kann man machen hier was bauen ne ich glaub das machen wir vielleicht sogar wo kommst du her ich die Schlachten ne mancheinlich schade das ist schade aber okay ich würde sagen wir bauen hier ne wollen und wie kann ich dann da durch gehen wir bauen hier mal ne Mauer so baust du hin bauen hier ne Mauer das kostet relativ viel muss ich sagen ja gut wir haben Kinder Stauwoller Koke nur mehr nehmen die Steinmann jetzt können wir mit Stein das machen ja so gefällt mir das und hier können wir gleich ein bisschen Steiner von der Wand schweiß Stier ich weiß dass Stier uns angreifen also wir müssen uns von ihnen nachnehmen so als er um die Ocens haben auch nie nur Musiker sei als ja auch sein es glaube ich das kann ich zumindest sagen wir so wird sicher mehr gehen na aber Prozent wir bauen hier noch ein bisschen stein ab wir brauchen Mauern Mauer aber es ist eine kleine Preis für nicht glaube ich kann unsere erste Wind einer da hat und die trinken lassen dass sie auch nur Nummer eins das ist klar der Welt nicht kehren ich hoffe zumindest er ist einfach deutscher sich klar das in deutscher wer hat gedacht ne ich hoffe mir das Schmerz so wenn es uns absichtlich nicht gilt dann bist du auf jeden Fall korrekt wo ich glaub den Bullen könnten die Kinder nicht gehen der Beschädigte was hast du er wurde Kraft in einer er hat das selbst auch entfernen ja können wir und wenn die Hewelstein so gefällt mir das um ein Wurzner wir haben uns jetzt unsere erste in Windmühle gebaut man was machen jetzt mit ihnen will der Kölzer nehmen Brüster neuer ich glaube kaum und das das ist das macht die Trab Prozent Prozent wenn sie darüber laufen dann kriegen sie Schaden nicht an Gott nicht mehr irgendwas bekommen sie dann der zumindest da und irgendwie habe ich den Back gemacht aber ich habe keine Anbieter gegangen ist nur kann man machen Stefan kann man machen Prozent wir haben kommen zu 100 Steine können unsere Mauer weitern Nassau jetzt haben es gleich 100 Steine ist gleich da das ist unser Gold anscheinend bei unserem Windmühle ja was produziert das gefällt mir kann ihr hier was platzieren oder nicht was von mir Mut und der um ja noch wir haben kein Holz auf die Welt gehen gut weil ich dann erledigt dann können wir hier so was nehmen na was haben wir erfasst werden Miener aber ich glaube nie es kommen nicht Mieter damit verkauft die bessere Windmühle man bekommen mehr Gold leider weiß ich noch nicht für was Gold überhaupt Essen aber für irgendwas wird schon sein das müssen wir nur ein bisschen Holz haben wir können und sowas noch mehr sind wir mit voll so machen wir das wir haben alles eigentlich was man braucht an Hauert ab da ist der Post als Deutsch dort durch Möchner diese Längen der Nacht das kann man ja nicht angehen und secondary würde das Schild nehmen kann man einfach blocken er das gefällt mir dass das ist galt wir müssen im Wasser anscheinend doch auch nun Schutzbahn wie es aussieht dem Fall bauen wir hier noch er geht weiter ich habe immer Angst wenn so ein großer Typ kommt da war das vielleicht umsinnig noch zu keine unsere Beiß dieses Ding der Gegner kann uns kein Scham und das gefällt mir auf jeden Fall alle Kaufer sind das scheiß Windmühle man erfasst mit mir ich bin neugierig ja sie dreht sich schon schneller und mit dem Gold kann ich mir hier drin das kaufen jetzt oder was man versteht nicht ganz ich glaube schon ja ach so und dann das haben viele Sachen nur erst Fäck Neue Fäck Uwe da können wir uns nachher schönes kaufen das ist cool okay aber es sind schon relativ gut dabei muss ich sagen bei uns war klein fein im Bereich wir kommen die Leute im Rhein nach kleiner auf ein Wiesern wir sind Armeer deswegen kommen auch viele Spiele wie ich mal sagen aber es macht glaube ich auch gar nicht so viel und wir sind sie in der Platte man es kann jetzt nicht das glaube ich jetzt nicht sie veröffentlicht im Tor noch ein neuer Platz es sind schon in die Top 10 aber wir haben ja noch mal Kollegen aber irgendwie anscheinend das nächste wird sein dass ich bin ich bin ich blöd ich bin alle ich hab's nur von Leiter aber wirklich leid wenn ihr das hört manchmal Kälte wollen Ruhe will ich natürlich haben 200 Wurz 150 Steine okay dann fangen wir mal an zu fahren und nicht hat ein Teil jünger aber noch ein bisschen Stein dann dann würde ich sagen wir fangen mit der zweiten Folge dann an und würde die erste Folge ein bisschen zu lange gehen nach bemerk ich ich hätte gedacht dass die Sonnensfolge so Mann nach Wechseln weil so lange nicht gekommen ist warum wir einfach mal was nee anscheinend jungen WDR WDR so wir fahren den 150 Stein noch und dann gibt es mit der nächsten Folge bald ist es zu Ende bald 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 zehn Stein noch und die ja dann würde ich sagen Leiden nicht vergessen wenn ich das das Prozent Projekt gefällt also zumindest die Folge das ist kein Projekt mehr auf jeden Fall bis zum nächsten Mal leider